Natürlich möchte ich jetzt aber noch weitere Benutzer hinzufügen. Also meine Freundin, meinen Sohn, die alle wollen das auch öffnen. Das geht ganz einfach. Ich schalte das hier ein, 5 Sekunden gedrückt halten, damit ich ins Systemmenü komme. Ich muss mich einmal authentifizieren und drücke dann Benutzer hinzufügen. Jetzt nehme ich meinen anderen Finger und füge einen weiteren hinzu. Gleich werden wir sehen, dass wir jetzt einen neuen Nutzer haben mit der ID 4. Diese IDs, die sind ganz wichtig, damit man später Zugriffsbeschränkungen machen kann und das halt dementsprechend in der App konfigurieren kann. Zur App, da kommen wir jetzt gleich dann. Da zeige ich euch, wie das funktioniert. Hinzufügen von RFID-Karten. Wir drücken wieder, wir gehen wieder in das Menü. und wir wollen hier jetzt RFID hinzufügen. Jetzt braucht man nur die RFID-Karte hier vorhalten. Und man sieht, wir haben einen neuen User hinzugefügt. So einfach geht das. Jetzt können wir noch einen weiteren gleich hinzufügen. User 2 und dann machen wir auch gleich, weil es so schön war, den dritten noch. Ja, jetzt haben wir unsere drei Karten hinzugefügt. Voll cool. Jetzt kann ich natürlich gleich mit meiner RFID-Karte das Schloss schon sperren und entsperren. Aufgesperrt. Es dreht sich jetzt mit, der Zylinder. Kann es zusperren. Man muss es immer zuerst aktivieren. Karte drauf. Und jetzt sind wir im Leerlaufmodus. Jetzt ist es gesperrt. Ja, cool. Ich muss es sich gerade aufhören. Vielen Dank.